MIRROR ist ein EU-Forschungsprojekt, das sich mit der technologischen Unterstützung von reflektiven Lernprozessen am Arbeitsplatz beschäftigt. Care Reflect ist ein Beispiel für den Einsatz in Altenheimen. In Altenheimen arbeiten Pfleger im ständigen Wechsel zwischen alltäglichen Aufgaben und unerwarteten Ereignissen, auf die sie reagieren müssen. Dadurch ist es schwierig, den Überblick zu behalten, wie viel Zeit tatsächlich für die einzelnen Aufgaben benötigt wurde. Zudem wird der soziale Kontakt zu den Bewohnern in der Dokumentation selten sichtbar. Care Reflect kann diese persönlichen Begegnungen messen. Dafür müssen sowohl die Pfleger als auch die Bewohner diesen Sensor tragen. Dieser erfasst, wie lange sich der Pfleger in der Nähe der einzelnen Bewohner aufhält. Es können bis zu 10 Sensoren gleichzeitig erfasst werden. Zudem wird die Zeit, die für die Dokumentation benötigt wird, gemessen. Nach der Schicht kann sich der Pfleger im gesicherten Care Reflect System anmelden und seine Daten auslesen. Dadurch sieht er sofort eine Übersicht über seinen Arbeitsalltag. Dies umfasst die Zeit mit den Heimbewohnern als auch den Dokumentationsaufwand. So wird die Reflexion über die eigene Arbeit unterstützt. Die Heimverwaltung hat nur Zugriff auf die Übersicht in Care Reflect, die zeigt, wie viel Betreuung jeder Bewohner erhalten hat. So kann sie eine mögliche Vernachlässigung frühzeitig erkennen und darauf reagieren. Care Reflect hilft Pflegekräften über ihren Arbeitsalltag zu reflektieren und daraus zu lernen.